Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von bestens.de. Heute geht es um einen Holzkohlegrill der Firma Tarrington House. Ich möchte alle wichtigen Eigenschaften des Produkts aufzeigen und dir eventuell bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du dir den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Der Tarrington House Grill Holzkohle Bernieville ist eine großartige Wahl für alle, die gerne im Freien grillen. Dieser Grill bietet eine beeindruckende Leistung und eine robuste Konstruktion, die ihn ideal für diejenigen macht, die nach einem langlebigen Grill suchen, der viele Jahre hält. Der Bernieville Grill ist mit einem verstellbaren Rost ausgestattet, der es einem ermöglicht, die Höhe des Rostes anzupassen, um die gewünschte Grilltemperatur zu erreichen. Darüber hinaus verfügt der Grill über einen Aschebehälter, der das Reinigen nach dem Grillen erleichtert. Ein weiterer großer Vorteil dieses Produkts ist die Fähigkeit, die Luftzufuhr zu steuern. Die Luftzufuhr ist ein wichtiger Faktor, der die Temperatur und die Brennzeit der Holzkohle beeinflusst. Mit diesem Grill kann man die Luftzufuhr steuern, um eine konstante Temperatur zu erreichen und die Speisen gleichmäßig zu garen. Der Bernieville Grill verfügt auch über ein großes Grillrost, welches viel Platz bietet, um viele Speisen gleichzeitig zuzubereiten. Es gibt auch eine praktische Ablagefläche an der Seite des Grills, die genügend Platz bietet, um Gewürze und Zubehör während des Grillens griffbereit zu halten. Lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo für weitere Videos da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die Konstruktion des Modells ist äußerst robust und langlebig. Er besteht aus hochwertigem Edelstahl, das widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion ist. Zudem verfügt der Grill über auch ein stabiles Gestell, das den Grill sicher auf dem Boden hält. Ein weiterer großer Vorteil ist die Mobilität des Produkts. Der Grill ist mit zwei robusten Rädern ausgestattet, der das Bewegen des Grills von einem Ort zum anderen extrem erleichtert. Dies ist besonders praktisch, wenn man den Grill in verschiedenen Bereichen des Gartens oder der Terrasse verwenden möchte. Zusätzlich zu seinen funktionalen Vorteilen hat der Holzkohlegrill Bernieville auch ein ansprechendes Design. Er verfügt über eine elegante und moderne Optik, die ihn zu einem attraktiven Stück für jeden Garten und jede Terrasse machen. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Bedienung des Grills. Er ist einfach zu montieren und zu bedienen, sodass auch Anfänger den Grill problemlos verwenden können. Mit einer kurzen Anleitung findet man sehr schnell heraus, wie der Grill optimal zu nutzen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Terrington House Grill Bernieville eine hervorragende Wahl für alle Grillliebhaber ist. Mit seiner robusten Konstruktion, der einfachen Bedienung, der Mobilität und dem ansprechenden Design ist dieses Modell ein ausgezeichneter Begleiter für jede Grillparty im Freien. Haben wir dein Interesse an solch einem Produkt geweckt? Dann schau einfach in die Videobeschreibung. Dort ist das hier vorgestellte Modell mit dem besten Preis verlinkt. Falls Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Carsten von Bestens.